Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch begrüßen hier zu einem weiteren Let's Play auf dem Conan-Server Neverland. Ja, Alfred leider ist von uns gegangen. Ich habe hier gestern oder wann erst auf die höhere Stufe hochgelevelt gehabt. Oh, scheiße. Ja, was soll man machen? Ich habe es irgendwie gewusst, aber kann man nichts machen. Also, es ist halt so, wie es halt ist. Naja, ich habe es halt herausgefordert, sagen wir mal so. Naja. Aber, naja, was soll man machen? Was wollte ich jetzt noch? Ja, das haben wir jetzt hier, das haben wir hier. Ah ja. Die Matratze. Ja, das ist jetzt meine normal, die Rüstung. Aber ich wollte, ja. Okay. Ich weiß nicht warum, aber muss man jetzt dabei so rumlaufen. Ja. Ich weiß nicht warum ich jetzt das verloren habe. Ich weiß es jetzt aber auch nicht. Die Matratze haben wir jetzt da oben. Ja. Ja, Bruder folgt mir jetzt da. Ich bin jetzt nicht mehr länger markiert für PVP. Gut. Jetzt mal zurück zu bleiben. So. Mal schauen, hier irgendwo, da gibt es einen Durchgang. Ui. Ja, also irgendwie. Bin ich zu schwer, oder was? Ich habe mir die Stiefel da nicht. Ich müsste mir die Stiefel mal auch anzeigen. Ah ja, hier. Ich müsste doch jetzt hier die Stiefel anzeigen. Hm. Schauen wir mal. Ich habe die Stiefel an, die Stiefel zeigt es mir dann. Egal. Hm. Ei, 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 ei. Ja, da geht es ziemlich steil rum. Ich glaube, da ist ein Durchgang. Irgendwo ist da der Durchgang. Aber ich finde den Durchgang nicht vollkommen. Da habe ich den Alfred so viel gezeigt und gelernt und alles. Aber trotzdem ist er gestopselt. Na ja. Leider, dass die Falz nicht wieder auferstehen. Das ist eine Kollision. Ah ja. Hier ist der Durchgang. So. Ich hätte eigentlich jetzt der, bei dem, was ich jetzt vorhaben, normal meine Verstärkung sein soll. Aber. Was soll man machen? Bruder kann nur mich begleiten, aber mehr war auch nicht. Aber na ja. Ich werde dann hier meinen Drachen machen und den Drachen dann in den Level mal schauen. Und was soll man machen? Ach. Und dann. Das irritiert mich. Ihr habt doch die Stiefel da. so jetzt okay aber irgendwie doch hier hinten irgendwo sind diese eigenartige aber ich muss jetzt noch über tun ist schaden so ja 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 Oh nein, wenn ich... Ja. Gehen wir erstmal hier auf diese Viecher los. Zehntausend. Wahnsinn. Nicht mal ein Boss. Hallo, ich bin Wendel. Hier legen wir hier eine Platze hin. Oh, das ist das Game eingeklebt. Das ist ja ein Bruder, ja. Aber wir werden jetzt noch mal den hier mal ein bisschen runter bringen. Aber ich habe ja noch diese Pfeile. Schauen wir mal, ob die besser sind. Sehr schade machen. Das stimmt. Ruhe. Ruhe. Dieser baut sich den anfangen. Ja. Jihiii. Jihiii. Grahbi. Ruhe. R constitution. Aha. bumm. SKAUUS. 10.000 Leben. Nein, 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 fuhr das nach unten. Das war's für heute. Immer in Bewegung bleiben. Sollt mal. Weiß Ausdauer. Weiß Ausdauer. Weiß Ausdauer. Weiß Ausdauer. Weiß Ausdauer. Weiß Ausdauer. ich versuch es mal aber ich bin nicht so einer der was immer so wahrscheinlich zu funktionieren muss mir das angewöhnen den ausweichen sollte mal auch Naja, schlag mich so... hier schlug. Warum sauft er jetzt nicht? Muss auch ein bisschen davonlaufen. Komm mal schauen, wo das hier hin ist. Ich weiß nicht, warum das nicht getrunken hat. Sollte auch nochmal. Ich hab hier irgendwo noch so einen Drang. Ah, hier. Da. Da krieg ich jetzt auch ein bisschen mehr... Wollen sich gleich mal heilen. Noch einen drin. So, wo ist der? Normalerweise... Wollen wir die Fans jetzt mal testen? Ja, das ist der hier. Okay, wir... Noch 16 Prozent. Aber wir laufen erstmal weg. Kann sein, dass der giftig ist oder was. So, weiß ich so. Meiner hat hier nichts so gut. Wir sind mal jetzt abräusend. Bin ich schon überladen? Was haben wir hier? Oh, Diamanten und eine Kiste. Und hier Pflanzen. Okay. Storben sind wir nicht. Also das ist schon mal ausgezeichnet. Aber ich hab ja hier meine Bude mit. Äh, hab ich... Hab ich... Ein paar Kacke auch noch drin. größe sachen vielleicht noch mal neuen alfred gesponsort ich weiß es ja nicht die hoffnung stirbt zuletzt würde ich mal sagen und ja wir haben ein bisschen zeit würde mal sagen ja sie verdient ihr geld mit 6 also hier ist geworden wie verdient ihr euer pp geld ist hier das körper geld ja sagte eine hier mit sechs arbeit mal schauen was wir noch haben ja das ist ganz lustig und ich hätte eine hier und es werden doch keine strategie gefunden hier sechs arbeit einmal da genau ja eisenverstärkung also wir müssen noch mal schauen hier gibt es ja irgendwo noch einen jahr ist schon so einen kleinen muss erst mal finden meine matte hier habe ich irgendwo hingelegt sollte irgendwie davor was sein hier in den untergrund ist es schwieriger das zu finden aber da drüben hier da ist ja doch gefunden ist ja wieder mal ausgezeichnet so das war es erstmal hier mit einer folgerichtung ich hoffe ihr seid nächstes mal wieder mit dabei ich hoffe es hat euch gefallen lasst einen daumen nach oben da würde ich mich freuen wenn wir zeigen dankeschön bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt kronen exiles